Was ist die Interdisziplinarität? Die Interdisziplinarität, die führt meines Erachtens, also wir brauchen eigentlich mehr an Interdisziplinarität. Die Interdisziplinarität ist schon gut, wenn ich erfahre, wie verschiedenartig man denselben Sachverhalt ansehen kann und weniger, dass ich nun das eine gegen das andere sozusagen ausspiele, sondern sagt, aha, es ist so, wie wenn man ein Ding von verschiedenen Seiten ansieht. Das, was wesentlich ist, ist, dass ich hier ein Verständnis bekomme, das weniger auf Genauigkeit guckt, als vielmehr auf die Verbindungsstruktur. Ich will es mal so ausdrücken, man könnte fast sagen, dass es so ein Komplementaritätsprinzip gibt zwischen Exaktheit und Relevanz. Wenn man vernarrt ist in Exaktheit, dann zwingt es einen dazu, die Bereiche, über die man exakte Aussagen macht, zu isolieren. Dann verliert man den Kontext und man kann keine gute Aussage mehr über den Kontext machen. Im Augenblick halte ich es für viel wesentlicher. Die Exaktheit ist wichtig, wenn ich manipulieren will. Die hat etwas mit der Hand zu tun. Exaktheit brauche ich, wenn ich neben den Apfel greife, dann kann ich mich nicht ernähren. Ich brauche eine gewisse Genauigkeit. Ich kann nicht holistisch sozusagen über Äpfel pflücken reden. Das ist ganz ungeeignet, da verhungere ich dabei. Aber in unserer Zivilisation ist es wichtig, wieder den Mut zur Ungenauigkeit zu predigen. Wobei es nicht eine Verehrung eines Mangels ist. Ein Mangel an Exaktheit. Also Heißentag hat mir immer erzählt, als er Einstein in einem Taxi die unscharfe Relation in Berlin erklärt hat. Da war Einstein ganz unglücklich darüber. Und sagt, mein lieber Mann, junger Mann, also wenn Sie sagen, Sie haben eine unscharfe Relation entdeckt, dann habe ich eigentlich Lust, Sie nach Hause zu schicken und sagen, machen Sie Ihre Hausaufgaben besser. Weil ich bin immer noch ein Vertreter der exakten Naturwissenschaften. Und wenn jemand kommt und sagt, da ist eine Unsicherheit in der Grundlage, das ist keine Wissenschaft mehr. Und Heißentag hat es auch eingesehen, aber er hat daraus die Konsequenz gezogen. Es ist falsch, es eigentlich unscharfe Relation zu nehmen, Unbestimmtheit. Weil er sagt, das Wesentliche geht dabei verloren. Nur etwas unscharf zu machen hilft gar nicht. Aber wenn man unscharf guckt in eine Landschaft rein, dann sieht man den Kontext besser. Das heißt, man hat eine Situation, die eigentlich ganz ähnlich ist mit der, dass Sie ja kennen mit diesem Vexierbild. Dass Sie sagen, ja, Sie haben die Vase und die beiden Gesichter. Ja, ja, und das heißt, wenn Sie das eine scharf haben, dann verschwindet das andere. Das heißt, als das Kontext gucken, ist eben ein anderes Gucken, als das, das manipulieren will. Ja, und Verzicht auf Schärfe heißt nur, nicht immer auf Schärfe verzichten, aber ab und zu Orientierungswissen ist nicht verbunden mit Schärfe, weil der Blick auf den Kontext gerichtet ist, dann habe ich eben die Verbindung von den beiden Gesichtern und im anderen Fall habe ich nur die Vase und da sehe ich überhaupt keine Verbindung. Das heißt, ich glaube, dass bei dem Transdisziplinären vor allen Dingen eine Rolle spielt, dass wir sozusagen bei all diesen Disziplinen etwas daneben gucken und nicht scharf auf sie gucken, sondern das fast emotional auf uns wirken lassen. Ich glaube, dass unsere emotionale Vernunft besser geeignet ist, Kontext zu sehen, als unsere analytische. Und ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen. Vor lauter Manipuliererei sehen wir den Zusammenhang nicht mehr. Und das Transdisziplinäre, also die Horizontalstruktur in den Universitäten, das ist nicht eine querliegende Disziplin, ja, sondern es ist ein ganz anderes Gucken, ja, das laterales Gucken und viele sagen, du guckst ja überhaupt nicht, ja, es ist kein Gucken in dem Sinne, ja, sondern es ist sage, ich lasse das durch mich im Dorf fließen und ich sehe in eine Landschaft herein, dass sie im Übrigen auch wirklich in Dialogen kennenlernen kann. Ich meine, ich habe da sehr viel Erfahrung in dieser Hinsicht und bin sehr enthusiastisch dafür, wenn ich das anfühle. Also die Unterhaltung, die ich mit Heisenberg hatte, ich habe ja 18 Jahre mit ihm gearbeitet und er ist ein Künstlerwissenschaftler gewesen, ja, der hat diese Gabe von Weggucken gehabt, von diesem Kontext gesichtet und er hat dann gesagt, komm mal runter, ich hatte ein Problem, das verstehe ich überhaupt nicht, wir sollten uns mal darüber unterhalten. Versuchen Sie mal, sich über was wir unterhalten, was Sie überhaupt nicht verstehen, ja. Das fängt eben so an, ja, wo soll ich anfangen? Ich erzähle mir eine Geschichte aus meinem Leben, da waren wir von der Bergwanderung so, man fängt mit einem Erlebnis an und der andere sagt, ich verstehe, was du damit sagen willst. Und der andere kommt auch mit einem Bild und wieder mit einem anderen Bild, einem anderen Bild. Und so bauen Sie Bilder auf Bilder. Und jemand, der dabei sitzt, der sagt, über was reden die eigentlich? Erzählen die so Lebensgeschichten? Nein, die haben eine innere Koalition, ja. Und das merken Sie, dass sich immer mehr verdichtet, weil sie so allmählich hereingehen. Eine andere Betrachtungsweise. Das heißt, wir müssen lernen, auch Wirklichkeit zu erkennen, nicht durch Objektivierung, wo wir uns daraus zurückziehen, uns abkoppeln, sondern durch Intersubjektivität. Wir haben einen Zugang auch zu den Dingen durch Intersubjektivität, wo zwei sich so intensiv miteinander diskutieren, dass Sie praktisch dieselben Bilder in dieselbe Landschaft gucken und dort große Entdeckungen machen, wo dann plötzlich sagen, oh, sag mal, hör auf, da haben wir jetzt was ganz Wichtiges entdeckt. Weil Wichtiges ist, jetzt nicht weiterreden, sonst zerstören wir das Bild. Jetzt werden wir 14 Tage nicht drüber reden, weil wenn wir weiterreden, dann zerren wir das runter. Nach 14 Tagen sind wir zusammengekommen wieder und wir hatten beide das Bild vervollständigt, beide selbe gefunden. Und da sagte ich, ja, wie kommt das denn? Da sagt er, ja, das ist doch ganz, ganz klar. Wenn wir miteinander reden, belehren wir uns ja nicht wechselseitig, sondern wir versuchen uns zu erinnern, was Sie eigentlich schon wissen, aber vergessen hatten. Das heißt, die Intersubjektivität, die arbeitet etwas auf, was eben in der Ahnung ist, aber die wir nicht greifen können. Wenn wir sie greifen, dann zerstören wir sie, dann greifen wir sie. Das ist so, wie wenn ich greife, dann ertrossle ich sie auch. Und deshalb heißt Ahnung, dass wir sehr viel versuchen mit offenen Händen. Und ich sage, aber du siehst doch gar nichts, du greifst doch gar nicht, wenn deine Hand nicht zumacht. Das heißt, ich will ja noch nichts greifen, ich bin ja jetzt meine Antennen ausgestreckt, ich weiß ja noch gar nicht, was ich wirklich greifen will. Ich versuche die Welt zu verstehen, bevor ich anfange zu greifen. Und das muss im Interdisziplinären dann kommen. Dass man erstaunt ist über die andere Betrachtungsweise und nicht, dass man diese Methodik genau nachahnt. Ich rede zu lang, aber es ist ganz interessant. Diese Fragen sind meines Erachtens ganz wichtig, auch für eine zukünftige Universität. Und das ist ganz wichtig, auch für eine zukünftige Universität.